So liebe Leute herzlich willkommen jetzt bin ich auch online im Stream. Wollt ihr irgendwelche speziellen Modis oder irgendwelche speziellen Modis die ich raus nehme, meine Lieben? Such und zerstören. Such und zerstören raus. Habt ihr das Video eigentlich gesehen von Cyberpunk, was ich euch geschickt habe? Ja mit einem Fail. Ja, schau es dir an Alex von, schau es dir nicht an oder? Ich hab vergessen. Schaut mal an, das ist ein 7 Sekunden Video. Ich will das Wasser dazu was erklären. Ein Buggy Video. Er ist einfach durch die Absprache durchgefahren. Aber nicht er. Jedes Auto. Ich bin dort vorbeigegangen und auf einmal, ich sehe ein Auto dort in, es ist sogar am Anfang stecken geblieben, in den Zeiten wo er dann dagegen gefahren ist. Und ich denke was WTF, ich habe mich umgeschaut ob da irgendwas am Boden liegt. Nichts, gar nichts nein. Dann wollte ich halt weiter gehen, weil der ist dann wegfahren, auf einmal habe ich es wieder krachen. Dann drehe ich mich um, da fahrtsch wieder das nächste Auto rein. Und ich höre jedes Auto, warum auch immer, ist dort reingefahren. Als hätte der Entwickler den Verlauf von der Straße für die Autos falsch gezeichnet an dieser Stelle. Und die Autos fahren diese andere Route, die aber dort nicht sein sollte. Und fahren halt die ganze Zeit gegen diese Mauer. Warum höre ich mich nicht? Weil du das Mikrofon wahrscheinlich nicht eingeschaltet hast. Oh ja. Vielleicht hast du das dann wieder eingeschaltet, dass man dich hört? In der Party? Weil wenn du zufrieden bist... Ich habe jetzt aber zu funktionieren. Stimmt. Aber ich bin dunkel, könnt ihr mal auf meinen Chat schauen? Ja, bin dabei. Bitte, danke. Du musst halt auch was reden, Norbert. Der Mikbalken, der bewegt sich. Das heißt, da müsste was da sein. Ich höre dich eh, Norbert. Ich höre dich eh, Norbert. Euch hört man auch? Norbert, ich höre dich eh. Euch auch? Ich höre alle. Okay. Passt. Danke. Thanks a lot. Love you. But du musst du vor. Du musst du dich? Du musst du. Du musst du dich. Du musst du dich Packe werden. Du bist auf den mandar 밑bartell. Ich höre odds bei mir, dir werke machen wenn du zu schritzt, Herrschaft. Wir nehmen Charlie ein. Na gut. Ziel einnehmen. Ziel besichert. Der Feind hat Alpha. Der Albe B vorbeigemassen. Sorge an. Herrschaft kommt sofort wieder. Oh, die Mech 10 ist so fucking okay, oder? Die hatten gar keinen Bock B anzunehmen, hast du gesehen? Die sind alle nach rechts. Alle vorbeigemassen, ja. Das ist ein Team, das auch noch auf Kiln raus ist vielleicht. Ja, hundertprozentig. Aber ich sehe keinen. Das werden sie nicht vorbeigemassen. Guck mal, was ich schon verhindert. Ja. Der war vor allem mit der Mech 10 drinnen. Jetzt hat er mich gekannt. Wieder mit der Mech 10. Die ist halt einfach stark, was ich komm mit dran, wenn ich dagegen anschaue, oder? Ich bin jetzt bei B gespawnt, das heißt, ich glaube, ich bin zu weit mit denen im Spawn drinnen. Okay. Die sind zu weit im Spawn drinnen. Es ist geflippt. Wir verlieren Charlie. Alter. Holt's flippen lassen? Ich bin bei Charlie noch in der Gegend. Ja, ist furcht. Wir haben Charlie verloren. Das wird sich gar nicht geschlagen. Oh, zu dritt, Alter. Ich geh C holen. C wird gesichert. Okay, ich hole auch nicht C, weil er steht in der Garage. Ich muss echt sagen, ich finde das beschissener, dass sie die Kreise kleiner gemacht haben. Wir verlieren B. Charlie gesichert. Jetzt müssen wir uns immer opfern, theoretisch. Wenn da jemand kommt, du kannst das nicht mehr... Wir erobern A. Krass, die Mech 10. Nein. Gesteppert, diesmal. Doch. Alter, der hat mich nicht gesehen, die Mech. Und trotzdem bin ich draufgegangen. Scheiße, Dreck. Die Mech 10 ist echt stark. Bist du behindert? Boah, der Schrottyp ist mir nicht wurscht. Mir auch nicht. Jetzt geht immer der gleiche Typ einer. Mit dem Mech 10? Nein, aber da kann. Oben beim Fenster ist einer beim B-Spawn. B-Spawn? Es gibt kein B-Spawn. Wir verlieren B. Nicht spawnen, sondern ein B halt. Bist du Dämpferd? Ich hab dir grad alle geschrottflintet, Alter. Ich würde ragen. Nein. Doch. Ich hätte jetzt so geraged. Wirklich. Also wenn das gegen mich passiert wäre, Alex. Ich hätte definitiv geraged. Ich hätte nicht gewöhnt. Scheiße, Dreck oder? Der Kontakt zum Spionageflugzeug ist abgebrochen. Ja. Die Mech ist OP, gell? Also die sind Wahnsinn. Die hat mich noch nicht gekehlt. Aber der Schrottyp und der AK-Typ nehmen. Ich hab was zu hart. Ja. Das ist nicht meine Hunde. Ich weiß nichts. Die Waffe. Oh, okay. Das wird kein Damage. Aber sie nehmen auch nichts ein. Ja. Ja. Da oben auch. Wie man keine Kills machen. Ja, ja. Aber so gewinnen sie das nicht, sag ich mal. Das war sarkastisch. Ja, ich weiß, weil sie Trottland sind. Der erste von uns ist ja auch so. Schau dir mal an. Den geht jetzt nur um die Punkte und um die Kills. Mhm. Also Gas, die Mech 10 ist Wahnsinn. Also, ich freue mich schon, wenn ich die wirklich frei habe. Ich weiß schon, wenn ich am Aufricht dann spielen werde. Hallo Flo. Wahrscheinlich fünf Minuten, zehn Minuten später reagiert, aber Hauptsache reagiert. Hallo Flo. Hallöchen. Flutschi Paputschi. Jetzt wird's warm. Bamm. Stark. Nein, ich habe ihn nur angehütet, Alter. Ich bin doch warm. Ich bin in aller nächster Nähe. Nein. Das war jetzt euch. Nein. Doch. Boah. Nein. Nein. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Bravo gesichert. Nein. Oh, oh, oh. Nein. 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 Ich auch jetzt, denke ich mir. Okay. Das ist ein Hin und Her wahrscheinlich. Ich bin einfach schon der einzige Rapzeug. Nein. Nein. Wir verlieren bravow. Aber das haben wir eh gewonnen. Selbst wenn Sie es B ernehmen, können es nicht mehr gewinnen. wir verlieren von allen seiten werde ich ganz ohne durchschießen nein das gibt es ja nicht einer doch ich bin jetzt gestorben wir also so ein Freund ok verarschen Leute gleich wir verlieren Alpha der Sieg ist zum greifen ab wenn ich so oft bei killen würde wie die Anhippen zum Beispiel oder ja weil ich schon mit der Elgathus drin floh das fakt ist habe ich gestern eingestellt alles hat er gesagt dass du ein Bestus bin hast oder was bitte hat er gefragt ob du ein Bestus bist ja die Qualität ist noch hat er gesagt heute jeder Sieg zieht den eisernen Vorhang etwas weiter auf ich sage ja es gibt nichts an deine Internetverbindung das merke ich jetzt beim Video hochladen auf YouTube dass die Qualität schneller geht das hat nichts mit schneller zu tun aber du kannst aber du kannst halt besser codieren und du kannst die unterschiedlichen Codierungen einstellen ja das heißt wie wird die ganze Zeit ein Level hast du auch für diesen Levelpack Alex ein Levelpack jetzt weiß ich was ich nicht eingestellt habe wieder deinen Penis nein das Bild auf der PS5 was für ein Bild auf der PS5 bei mir hat sich das Bild ein bisschen verschoben durch anscheinend durchs Anmelden vom zweiten Profil habe ich irgendwas nicht gescheit gemacht das ist echt krass und beinlich absolut peinlich absolut peinlich also ur peinlich also wie man das machen kann Lost Dummy 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 absolut lost der Funny Lost Gamer der Funny Lost Gamer liebe ich ja wie gesagt Lost Gamer hat es schon gegeben würde mich ärgern die M16 ja was ist mit der M16 ja was ist mit der M16 jetzt man dummer Fehler dummer Fehler DGI ihr habt erlaubnis volle Graswäsche spielt schon ja ich habe mich rausgeflossen Mann ich habe mich einfach draußen lassen Norbert gehen wir raus ja ich habe mich einfach draußen lassen dann schaue ich aber ob ich der Kleinen jetzt schon gute Nacht sagen kann oder ob sie noch schauen passt ah nein jetzt kommt nein ist wurscht ich glaube jetzt bin ich bei dir beigetreten Dominik dann gehe ich raus und trete dir dann da ok aber er muss halt nachher Annen Annen kann beigetreten oder auch nicht er werde mich hier eingeladen komm gleich ja dann ich habe mich Okay. Schmerz. 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 Jetzt hat sich jemand mir Kalifa in Cyberpunk erstellt. Schmerz. Jemand hat mir Kalifa in Cyberpunk erstellt. Es gibt immer solche Leute. Man kann ja auch in Cyberpunk einstellen. Penisgröße, beschnitten oder unbeschnitten. Kann man sogar sehen. Schmerz. So meine Kinder, seid ihr alle da? Jawohl. Schmerz. Alex habe ich jetzt nichts gehört. Er ist auch da. Habe ich schon da. Wenn nicht, dann fliegt er halt wieder raus. Ja eh. Weg mit ihm. Weg mit dir. Ja. So, Battle Pass bin ich übrigens nicht 10 gewesen, sondern schon 11. Ich bin richtig Hardcore. Zwischen 11 und 12 bin ich jetzt genau Mitte. Ich bin 26. Noch mehr Hardcore. Ich bin 25. Ich bin 25. Ich bin 25. Ich bin 25. wenn du in die Kuhn wieder reinkriegte. OHHHHH, wie wäre es wenn du mich schützt Alex? Er will schossen. Ja, Alter. Das war's so, ich habe nicht gesehen. Also Tierrunde, jetzt wird es schwierig gewinnen da noch, weil soviel Abstand ist nicht. Ist nicht, es ist trotzdem 19 Sekunden, also 19 Ticker müssten wir mehr haben als die dann. Also, was weiß ich mein, wir haben die Abstand? Schon für das Malartiges schon. Wir müssen eigentlich von Anfang an jetzt behalten, mindestens die Viertel-Halbzeit, dass wir gleich aufziehen. Renz gleich zur B weiter. Ziel einnehmen. Alpha wird gesichert. A ist abgesichert. Feind hat C eingenommen. Spiele für Sicherheit. Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position. Sie haben sie kapiert. Boast oder irgendwie sowas. Boah. Feind hat Bravo. Was? Was haben wir? Reverse boosted. Warum? Die OP sind fast. Man, Leute. Die haben jetzt auch die ganzen Streaks durchkommen. Ich komm überhaupt nicht mehr runter rein, oder? Alter, was war das jetzt? Ja, Kriegsmaschine. Scheiße. Nein, der hat mit einem Granatenwerfer auf mich aus nächster Nähe geschossen. Ja, Kriegsmaschine. Ach so, Kriegsmaschine ist das okay. Beide tot an jetzt. Wir haben B. Aber ich hab das Maße getan. Was sagst du? Ich hab das Maße getan. Fick dich, Alter. Ich hab vier Gegner gewohlt. Du hast gerade einmal zwei... Vier Gegner gewohlt. Du hast gerade einmal zwei Killabschüsse, oder? Ja, aber davor hab ich zwei Gegner gewohnt und bin gleich zum B wieder gegangen. Ja, interessiert aber niemanden. Ja, mich schon. Weil wir haben jetzt B. Das heißt, wie du bei B warst, jetzt haben wir uns geputztet. Die Waffe macht einfach keinen Schaden. Ja, so wie die Bullfrog. Ja, die Bullfrog ist da unten und der ist noch zu. Du machst mit der Bullfrog keinen Schaden. Wahrscheinlich, weil ich einen Schaden hab. Aber die ist wirklich abartiger, die Waffe. Die Meg? Nein, die FFA? Ja, der war schuld. Das tut ja nicht so gut um, Alter. Mann, aber ich verliere gerade jedes Toil. Also irgendwie, jedes Mann. Ja, da ist noch einer. Aber in Deckung. Nein, wir haben zu spawnen, ist einer. Alter, von hinten geht's. Krieg's die B? Ich hab' die, ja. Ja. Ich bin gestorben wieder. Alles gut, das war gut. Spawn ist wohl geflitzt. Mann. Wir haben zwei A eingenommen. Wir erobern Alpha. Mann, was soll den? Kannst du ja nicht spielen? Zeitliche Spionageflugzeug. Ist ja eine Leute bei A. Die sind A und Z jetzt. Ja, aber keiner nimmt auch ein, Alter. Unser Teammate steht direkt bei A. Ich hab' halt auch keinen Geist drinnen, Alter. Wenn jemand eurer Kit mehr passt Nein Nein Nein, die Bullfrog hat irgendwie keine Durchschlagskraft bei mir Andere Aufsätze dran Oh, hinter uns Ja, ich hab ihn gerade, aber bei mir legt es gerade extremst Ich hab Ur-Ruckler Der hat auch direkt Alter, ich weiß nicht, wie viel ich dir noch ansiezen soll bei B Oder stirb, der ist einfach nicht gestochen bei B Wahnsinn Ich stirb das so Ja Alle zieht uns Die halten ist ganz wichtig jetzt Jaja, ich weiß Ich kann mich jetzt bei B nur verkampfen Ich gebe mich wieder Opfer, ich hole halt Besikt, dass sie das... Jaja, ich auch Ja Stark Ich kann mich da wieder bejaßen Ich bin hinter uns, hinter uns Ja, ich hab beide Jetzt muss ich mal den C schnell holen Ja, ich muss mit dem Bonus Der hat halt weggeknallt, oder? Alter, wie so... der rennt bei... Alter, wie dumm ist das? Nein Der ist bei... Nein, Alter, der ist bei C und geht weiter So ein Wichser Das haben wir's verloren Ja Ja Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position Aber die haben's halt auch gut gemacht, die haben halt auch... Was? Ja, das braunverworts das wirkliche Ja Das haben die gemacht halt, ich sehe, die haben das gescheit gemacht Naja Feindliches Spionageflugzeug entdeckt Aber auch dumm von unserer Weil sowas kann man auch verhindern Eigentlich Ja, aber unsere sind halt einfach dumm Sie sehen, der HBC hat eingenommen Und ist weggegangen dann Ich weiß nicht was zu tun, aber ist einfach weggegangen Das ist ja hier rum Entschuldigung Die 15 Zielerbschüsse, 12 Zielerbschüsse Und dann die anderen 1, 2, 4 Die Mission ist am Arsch Bitte sofort, geh über die HBC Fuchsbrudel Eine Eine Oder Eine Oder Eine Oder Eine Dann Es ist Knie Zitzen Okay. Das war's für heute. Die Mepp mag ich irgendwie sehr. Das für dich auch. So, jetzt machen wir alle Schneeengeln bitte. Ich mach den Schnee rot, oder? Du legst dich rein und ich baller einfach drauf, bis du kaputt mich in dir hast. Ich glaube, da muss jemand eine Aggressionstherapie machen. Nächste Woche 18.30 ist schwer. Ich kann erst ab 19 Uhr wahrscheinlich. Alex hat gesagt, dass er gar nicht kann. Stimmt, das ist ja Weihnachten, gell? Herrschaft! Ich mach das! Was machst du nix, wach Alex? Werde erobern C! Arbeiten! Der Feind hat A! Echt? Charlie ist abgesichert! Boah, der kann sich schon da sein, aber... Treffen hin! Ah, da war er! Boah, der ist... Du dummes Katzenviecher, Alter! Wir sind vorbeigezogen! Der hat sich jetzt voll... Der Volt hoch und hat sich voll immer reingekrallt oder mit seinem Bauch? Ah! Er ist mit seinem Bauch reingekrallt! Hup! Verlieren B! Ich bin da oben schonmal sehr gut, oder? Nein, schon wieder reingedrückt! Ich hab einen zu starken Daumen! Ein feindliches Spionageabwehrflugzeug ist in der Luft! Alter Wichser! Mehrere feindliche Spionageflugzeug über Euch in Position! Lagerbericht! Mehrere feindliche Spionageabwehrflugzeug, Gemeinsatzgebiet! Mehrere feindliche Spionageflugzeug, Kontakte! Ja! Kiraner, Laufkopf! Wir nehmen die Kontrolle! Das funktioniert nicht! Wir liegen zurück! Bravo ist abgesichert! Wir übernehmen die Kontrolle! Scheiße! Wo war der? Wo war der Alex? Schon tot! Achso, das haben wir auch gemischt! Nein! Andere haben gemischt! Nein! Aber die kämpfen wenigstens wieder um B! Ja! Ja! Die kämpfen um B! Kämpfen! Das geht jetzt sogar nicht! Nein! Nein! Wir verlieren B. Ja! Nein! Das kann sein, dass du den Spawn flippen lassen. Unsere. Bis jetzt noch nicht, aber... Oh! Wir erobern A. Wir spawnen. Ja. Wir verlieren Charlie. Feindliches Spionage auf der Flugzeug ist in der Luft. A. Gesichert. Dumm einfach. Absolut nicht mal ne Runde. Bravo. Wir haben Charlie verloren. Boah. Wir erobern B. Ziel auf den Weg. Gesichert. Nein. Okay, das gibt's ja nicht. wir haben einen Schraub machen. Peter. Wir haben einen Knie. Wer ist da? Nein. Ihr schraubt. Nein. Er macht nur ein Schraub? Wir haben alles das hier. Wir haben es sage. Machen wir uns sehr. Was? Nein, das gibt's ja nicht, oder? Ich hab Kriegsmaschine gehabt. Hast du ihn noch, wenn du ihn geschossen hast? Doch, hab ich leider. Ich hab grad auf ihn geschossen, ob er jetzt nicht connected oder ich weiß es nicht. Nein, oder? Trifft gar nichts mehr. Jetzt hast du schon wieder gut gewesen, Norbert. Danke. Wenn du sowas machst, dann gehst du direkt ins Haus rein, damit du von der Seite nicht mehr gebohlt werden kannst. Okay. Nein, das war dumm, dass ich wieder rausgelangen bin. Du bist gleich lang gegangen. Puh, das Grund ist gar nicht so schlecht von mir. Unversicher, Alter. Unversicher, Alter. Spätsnass, bitte zum Punkt. Errobert die Zielobjekte. Wir erobern Alpha. Freude. Wir sind vorbeigezogen. Oh, der ist auf einem Panzer. Kommt rein. Links nehmen wir einen Panzer. Kommt rein. Kommt rein. Oh, Alter, der snapped irgendwo ganz hinten. Krass. Fäh ist abgesichert. So. Nein. Wenn ich meine, oh, wie aktiviert hat sie nicht gestorben. Feindliches Spionage ab der Flugzeug im Anflug. Oh, Alter. Ja, ja. Okay, das. War gut gemacht. Dafür hat man Pappertrolle. Oh, Alter. Ehe, dass man dafür konzentrieren hat, das finde ich in Ordnung. Das würde mich trotzdem geärgern. Den machen wir, Abi. Habe ich. Echt, oder? Weil der sich umgedreht hat. Nein, der hat sicher keinen Orbi. Ihr habt's keinen Orbi, ihr habt's einen Norbi. Also, der ist schon tot. Der Sniper da hinten, der Sniper nur. Der macht nichts anderes, als der Snipern. Ich meine, er hat auch Snipern als Gematag. Ja. Das gibt's ja nicht, Alter. Weiter kommt man da nicht drauf. Oh, ja. Feindliches Spionageflugzeug über euch. Das ist nicht unsere. Das ist unsere Vitorgarten. Nein. Das ist nicht unsere, unsere Vitorgarten. Ich habe jetzt deine. Hau. Ich höre dich. Nein, ich will nach vorne von C. Da kann er die Snipern. Oh, ihr nervt mich so hart. Nein, die sichern C. Echt jetzt? Wer ist sicher C? Falls kurz blau war. Ja, ich bin dort. Aber ich sicher nicht C. Ach so. Ach so. Okay, dann bist du noch kurz durchgegangen wahrscheinlich. Ja, ich bin bei C gewesen. Habt ihr abgecampt? Das ist so unglaublich, Alter. Nein. Der hat mich verfolgt. Ich mein jetzt, Humus, können sie B behalten. Dann krieg ich gleich auch noch mehr auf. Ey, was verdammt amal ab, wo du hinschießt. Boah, Leute. Den hab ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Oh. Oh. Robill wäre geil, wenn du noch kriegst. Was sagst du? Robill wäre geil, wenn du noch kriegst. Ja, damit fehle ich wirklich viele Punkte. Aber ich krieg ziemlich nichts mehr zusammen, weil ich an den Orgel denk. Schau, wieder. Ich schwind mache nur noch the líst. Wie viel Punkte? 30 Punkte fehlen mir noch, Alter. Nein, von der Seite. Aufwand, Auto-Wartwind. Wie traurig ist es mit uns aber auch gut? Nein, nein, ich bleibe ganz in der Gegner weg. Jetzt liegt sie wieder zu büten. Klaus! Klaus! Schauen wir mal, ob ich jetzt... Das wären 50 kills, habe ich gemacht, ja? Dann brauche ich jetzt weniger Punkte als du. Tja, was soll ich dazu sagen, Herr Ballerang? Ja, ich habe auch das Team gekämpft. Ich habe nämlich 2,3,3,3, während du nur 20 hast. Dann 20. Alter. Dann gehen Sie jetzt. Tja, kann man nichts machen. Flo. Auf der zweiten Meister, du kritisierst mich. Ich bin wieder rausgeflogen. Ja. Immer wenn ich bei mir arbeite, dann liege ich raus. Ja, weil er sicher aufmerkstellt ist, deswegen. Blödsinn. Na, oh ja. Tritt nicht immer mir dabei, Alter. Ah, Entschuldigung. Ich habe nichts eingestellt. Ich habe keinen Bruch eingestellt. Ich habe keinen Bruch eingestellt. Krass, hart nicht funktioniert, die Anladung. Schauen wir nochmal, ob du es nochmal annehmen können. Bei mir auch nicht. Bei mir hat das Spiel gehangen, gell? Und noch eine andere. Mhm. Bin ich jetzt hin? Ich weiß gar nichts. Ja. Ja. Aber Kernvergleich, glaube ich, Flo gegenüber. Vorher. Gottseidank viel besser. Oh ja, das stimmt, Fluch, das stimmt. Ich hänge mich halt dran, ne, ein bisschen. Oh ja, das stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Der Zerleger. Abschuss bestätigt. Ich wünschte, man könnte den Alex abschießen. Warum? Weiß nicht. Aber auch wenn das nicht so ein hochklassiges Headset ist, wie ihr habt, ich höre trotzdem viel besser Schritte. Was ist das jetzt zu passen, du? Das ist ein Kraken. Das funktioniert nicht. Liegen zurück. Ja, wirklich. Nein, ich meine, man hört nicht so genau, wie es machen wird. Ja, aber ganz ehrlich, heutzutage macht so viel die Software schon. Wir übernehmen die Kontrolle. Wir übernehmen die Kontrolle. Ja. Früher waren wirklich noch spezielle Headsets notwendig, weil halt die Headsets das dann mitgeliefert haben. Aber, dass du die blästig machst, macht ja viel mitarbeit sozusagen. Ah, quasi mit Hilfe. Das gibt's ja nicht, Leute, also das halte ich für ein Gerücht. Was denn? Dass er mich gekillt hat. Aber ich. Ich nicht. Ich kann mich schlafen und das alle auf die höchste Nummer, oder? Ich kann mich nicht auch auf die Hände feststellen, oder? Ja, ich kann mich nicht einfach sagen. Huuuua! Snipe den gut ganz hinten, ja. Nein! Ich könnte den Mik-Moment wählen können. Huuuua! Nein, scheiß Bull vor. Klar, hinter uns. Die wechsle ich. Vorne ist Flipperino gegangen. Aber es gefällt dir an der nicht. Der was? Nein, ich bin mit den Arbeiten. Ich habe jetzt eh schon ein bisschen mit Schaden aufgepimpt, aber der macht keinen Schaden, oder? Was für eine Waffe ist der? Bullfrog? Bullfrog. Bullfrog, ja. Ich finde ich Bullfrog, aber ich bin schon. Bist du wegen des Spawns auch nichts? Nein, ich bin die ganze Zeit schon hier. Aber die ist vorne bei mir. Oh, das war ein eigener. Nein, da unten hat der Noah mich jetzt geholt. Und seine Aache? Ja. Ja. Der Noah ist in mein Haus eingeknallt. Okay, Spawnflip. Glaube ich nicht. Oh, so. Oh ja. Wie habe ich jetzt glaubt, oder? Aber es sind immer noch die Gegner dort. Oh. In der Wüste und so. Ja. Aber nicht mehr. Ja, klar jetzt. Da kommt der einen entgegen. Da. Du hast mir vorhin gerade den Arsch fertig gemacht. Was? Oh, schlecht drauf. Was? Warum hat er das getan? Ich dachte ich wäre außer Reichweite gewesen, Alter. Warte. Feindliche Vorräte sind in der Luft. Es geht wieder Spawnflip. Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Mehr feindliche Spionageflugzeugkontakte. Ja. Ich will jetzt unbedingt nämlich den Orbit haben. Ja, ich auch. Wann dann? Bereits sind ja das erste, dass wir nicht gleichzeitig ziehen würden. Ja, ja. Sag Bescheid dann. Ich sag dir dann auch Bescheid. Oh, ich sehe im Moment keine Gegner. Krass. Also das war ein schöner Turnaround. Ach so, das geht jetzt oder ich? Ich hab das aber noch nicht. Das war eine Frage. Ach so. Jetzt bin ich tot. Mir fehlen nur noch 500 Punkte, dann hab ich ihn. Ja, ich hab die Kriegsmaschine aktiviert, dass ich ihn dann hab. Ich aktiviere ihn gleich. Ich glaube, du bist beim Gegner vorbeigelaufen. Echt? Ja, du siehst nicht auf der Karte. Das ist im Moment keine Gegner, Alter. Ich hab jetzt sehr oft einen Rekord, die vielleicht danach danach ist. Die haben uns wieder gespawnt, scheinbar. Auch welche? Von beiden Seiten, der jetzt Gegner. Krass. Krass. Vorher draußen. Oh, den hab ich jetzt überhaupt nicht gesehen, aber... Nein, das ist draußen aber. Oh, bitte? Ich dachte, du hast ihn. Sorry. Wenn du den jetzt nicht haben konntest. Es geht, wie du gesehen hast. Ich dachte, du kriegst ihn aus deinem. Ja, bei ihm. Wow, ich bin Mr. Bull. Norwe, 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 du hast den, aber du siehst, wie die Gegner in die Richtung schauen. Und du lässt den Spiergegner ran. Der Sieg ist zum Greifen nach. Verrechte dieser roten Bastarde. Ich will das irgendwie faszinieren. Nein. Nein. Oh. 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 Oh, das gibt's auch immer wieder raus. Sabern, nochmal weg, mein Trevor. Ich finde, du thành sucked. Er steht. haftig habe ich jetzt gehört bestanden jemals zweifel jetzt habe ich sehen wie er das gemacht hat ja 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 Okay. 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 Hm. Hm. I'd open it. Schipment! Schip! Schip! Schipment! 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 Hoppala! Amara! 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 Herrschaft! Schipment! Nehmt die Ziele ein! Wir erobert sie! Oh! Der Fight hat Alpha! Charlie ist abgesichert! Alles unter uns kommen welche von hinten stehen! Und unten bei C! Und unten bei C! Bravo gesichert! Wir sind vorbeigezogen! Der ist von oben gekommen! Wo oben war einer von uns? Den habe ich auch nicht gesehen! 3 Leute bei B drinnen nach oben! Ich habe 2 geholt! Da sind noch 2 drinnen Alex! Da sind noch 2 drinnen Alex! Nein! Mich nervt dass das wirklich jeder eine Splitteschutzfläste hat! Nicht jeder! Oho! Ich dachte das ist ja unser Team-Mate! Ja! Ich mache das nicht gegeneinander! Dass ihr das nicht macht seid ihr selber schuld! Das funktioniert nicht! Wir liegen zurück! Bravo wird gesichert! Passt! Ich war oben wieder! Kommen 2 unten! Was? Kommen 2 unten! Da kommen sogar 3! Boah! Ich habe alle geholt! Ich habe doch gekippt! Ja! Jetzt da waren es zu viele! Aber die gehen alle nach B! Das ist nicht cool! Ja! 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 Wir haben B verloren! Wir haben B verloren! B wird gesichert! Aber die kämpft noch wieder zu, glögt mir! Klasse! 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 Nein! Wir verlieren B! Dachter, den hab ich! Oh, einer und der Teammate ist so urschlecht von uns! Klasse! Entschuldigung! Ich hab nicht von dir geredet! Oh, einer und der Teammate ist so urschlecht von uns! Oh, hier wirst du mich gesehen? Oh, hier wirst du mich gesehen? ich geh jetzt mal von hinten nach b ran hast du alles um alles im griff den habe ich angehitert krass krasser shit ich habe keine motion gehabt oder wo ist Alter, wie kann das sein, dass mich die von oben blenden, wenn oben wer absichert? Wenn er eine Granate reingeht, einfach durchs Fenster. Und da sind die Stufen runtergefallen? Ja, zum Beispiel. Warum? Alter, nicht wirklich. Aber hier ist der Runde. Der Feind hat die Schalen. Feindlicher Vorreiter sind hinterlos. Komplett unter der Runde. Ja, komplett unter der Runde. Bin jetzt nacheinander ziehen oder nicht? Ja, bin am Weg. Nächste Runde habe ich gleich zu Beginn. jetzt habe ich echt eine starke ausgabe ich dachte schon ich möchte spiel geflogen das wäre ja wenn ihr wenn du das spiel verlässt nicht übernommen werden bist du rausgezogen habe ich ja gesagt und dann habe ich das gemacht und du hast dann hättest du den arbeitsflug schon noch können Dann hättet er eine Amtsstattung ziehen. Vielleicht kannst du noch mal rein schreien. Ich schreie ihn rein, das ärgert mich trotzdem. Ist klar. Heule! Ist der behindert, oder? Was ist los mit dem? Richtig. Lagebericht! Ich stehe 68, irgendwas, oder? Beachten, dass ich ein Neuer höre. Ich kann nicht mehr fahren. Ja, ich werde lieber passen. Ich habe mich angezeigt, für euch. Nein. Nein. Jetzt ist mir Urschlag. Sind du vorne? Nein, ich kann nicht vorne. Lass, was kommt. Knall über oben. Ja. Ja. Wir verlieren B. Oh. Nein. Nein, jetzt nicht tot. Feindliche Spionage Flugzeug über euch in Position. Mehrere feindliche Spionage Flugzeug entdecken. Irrgerlich. Oh. 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 Ich brauche noch ein Sitzbrit. Bravo wird gesichert. Feindliche Vorräter sind in der Luft. Oh. 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 In dieser Luft. Ich bin jetzt in dieser Luft. Es war kleiner Bb, Leute. Keiner. Keiner. Wir sind zum Flo. Jetzt kommen welche von unten Welcher Seite? 10 10 Seite, also rechte Seite Ja, ich bin schon tot Sorry 10 10 Ah, das war echt gut 5 8 Nein, nicht komplett im Griff. Ja. Kann man nicht damit irgendwo überlaufen. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein. Nein. Ist Dominik schon da wieder? Natürlich nicht da. Nein, ich habe ihn eingeladen, ich gehe auch kurz aufs PC. So. Jetzt raus. So. So. Okay. 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 Dann irgendwann wieder. Und dann kommt er noch nicht rein? Ich komme. Ich war nicht da, Leute. Ich war imoku. Okay, okay. Kommt sie rein. Okay, okay. Okay. Ja. Ich war nicht da, Leute. Ich war imoku. Bin drin. So, wächst jetzt da. Mhm. Passt. Meine Ziele, Flo. Ich möchte eigentlich den Battle Pass machen. Mal schauen, ob es das aufgeht. Naja, wenn du weiter so viel spielst, dann schon. Ich möchte ihn ganz schaffen. Mal schauen, wie es aufgeht. Ich habe ihn mir halt auch gekauft. Ah, heute erst, okay. Ja. Jetzt gibt es noch urdiebogenständigen Skins und ich bin mir sicher, so in einem halben Jahr oder so gibt es die urabstrusen Skins schon wieder. So wie in jedem COD-Besetz die letzten Male. Ja. Mal schauen, ob es aufgeht, Flo. Wenn nicht, habe ich ein Ziel für die Season 2. Oder ich setze mir andere dann. Ich denke, es wird auch der BABU-Pettelfeld-Norbert, wenn das kommt. Na sicher. Aber ich glaube, das kommt ja heuer noch nicht, oder? Also nicht heuer, sondern... Doch, 22. 22. Gerüchte geht von 22 früher. Früher? Oh, unmöglich früher. Da haben sie ja noch gar nichts auslassen. Ja, aber vielleicht lassen sie die Bombe dann so richtig platzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Nein, im COD erfährt man ja auch am meisten, man wusste das dann Titel und so. Oh ja, stimmt. Das Ding ist halt, Battlefield muss einiges gut machen jetzt, oder? Und ich glaube, sie werden so ein richtig krasses Game rausnehmen, hoffe ich. Ich glaube, sie wollen ja machen wie Sphere. So in die Richtung. Das Setting, aber es muss auch alles drum herum passen. Nur das Setting reicht nicht. Ja. Sie haben gesagt, sie wollen den ersten Weltkrieg, haben es gehabt. Der zweiten Weltkrieg hat aber alles nicht gestimmt. Das Setting allein reicht nicht. Ja, nicht mehr. Früher hat sowas gereicht. Battlefield 5 war sicher kein schlechtes Game. Es hat halt einfach nur zu wenig Inhalt bekommen. Einheit ist Stärke. Isolieren und Vernichten. Und es hat teilweise schon rechts balanciert. 27 Prestige schaffe ich nicht, Flo. Aber ich möchte mal schauen, dass ich im Season Pass 1 so weit wie möglich komme. Optimal wäre, ihn fertig zu machen. Ich weiß nicht, ob das ein zu hohes Ziel ist, aber man kann ja immer noch zurückschauen. Wir sind zurückgefallen. Wir sind zurückgefallen. Wir sind zurückgefallen. Wir sind auf einem Shoulder. Nein, ich drücke immer den Stick dazu bei 3, kurz. eh nichts aber irgendwie tue ich es ich esse zu viel spinat glaube ich feindliche spionage abwehrflugzeug ist in der luft feindliche spionage flugzeug über das ist abschiss bestätigen vorsicht auch alex das ist nicht hardcore alex stirbt in deinen granaten das sind nicht meine granaten da bin ich aber schneller mit achtung dann weiß ich nicht was also ich habe ihn geholt glaube ich nein ich habe ihn geholt weiter nein na ich mache immer zwei drei kills und sterben außerdem kann ich mir nicht mit meinen granaten holen heute die eigenen marken holt er nicht wer denn na der teammate holt nur die andere aber die eigene die daneben liegt von uns ich werde nur von 19 geholt das verstehen kann rein 3 Wurf Wurf ? 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 wieder von hinten ich versteh es nicht dreh dich halt um ja ich kann ja nicht rückwärts laufen die ganze zeit warum nicht kann ich schon machen ich kann noch mal jetzt habe ich in den blimp für sammler keine ahnung was das war aber das war kein schlechter kill aber er kommt runter mit der schrott kann und kopf ohne ehmone gar nichts oder was für eine reichweite hatte steuer sender bitte schon ein großer wie wärst du nur die marke einstammt oder ja ich muss immer schauen was hinter mir kommt wenn ich geräusche hinter mir höre bevor ich kiegel was habe ich meine die marke war ein meter vor dir alter es rasiert uns einer immer beim spawn weg gleich der selber schulbahn sich rasieren lässt aber nicht weiter nicht ich gar nicht feindliche vorräte sind in der luft wir liegen in führung ich versierdiet im spawn kannst du dir nicht eine sekunde früher kehren nicht einmal eine millisekunde oder dann hätte ich überlebt noch was soll ich machen ich geh rückwärts ich geh rückwärts ich geh rückwärts ne ich bin zu dazu boah da war ein team jetzt schon mal oder das ich wohne jetzt mal ins steuer sender wird direkt noch gleich mal ja ich weiß ja nicht wo der ist oder nein warum bin ich so schlecht so schlecht so schlecht im Eck steht der wichser warum schießt die vitel auf die eigenen Leute das ist nicht so ich geh schon weil die hat mir keinen schaden gemacht mir schon stimmt das ist die gegen vitel aber warum der hat sich die fix erkennt oder sowas wo hab ich denn nein ja die 6000 punkte aber er hat sich trotzdem erkämmt aber das war nicht der weil den hab ich gerade gekippt ok ich hab schon vor mit dem akku auf den gegenwärtschen feindliche spionageabwehrflugzeug im anflug yeah bärn baby bärn wir liegen zurück man oder von allen ständen neun die brandgranaten sind so schlecht die sind gut also die molotov ich werfe den genau auf den und er will schon wieder hinter uns das gibt es ja nicht der ist jedes mal hinter uns oder ich brach der hin dieses ergebnis ist kein grund zum feiern hafer zurück zur basis ich gehe mal Ja, Level 13 erreicht. Puh, keine Ahnung Flo, kommt doch an wie intensiv ich das weiterspiele. Achso, da meinst du diesen Jahresende? Was meinst du jetzt Jahresende? Wollen wir schon, aber Alex meinte, ich hab noch zu wenig Smap-Kenntnisse, was vielleicht auch stimmt. Aber du kannst es rechnen mit dieser Prüfung, weil das steht ja wirklich jetzt nur bei denen, die nicht Prestige sind. Aber vor allem statt, dass auch bei jemandem, bei dem unteren, der wo gay ist, der ist auch nicht Prestige, versteht's nicht? Ah, der hat auch nichts, okay, okay, ja stimmt. Puh, keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wie intensiv ich das weiterspiele, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall mehr als beim letzten. Ohja, wir machen doch schon mal Sniper-Tölle, aber muss ich mich noch mehr vorbereiten. Beziehungsweise keine Ahnung sind, wenn ich mal Probe machen. Eventuell. Auf jeden Fall mehr als beim nächsten Mal. Ohja. Ohja. Ohja, das ist sicher. Ohja. 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 Nehmt die Ziel ein! Ziel einnehmen! Wir erobern A! Ich schau euch, ich hab alles nicht fressen ausscheißen! Ich sehe die Rücken frei! A gesichert! Was hast du denn gefressen? Ich weiß es nicht, aber ich scheiß alles aus! Dauer, dauer, schau mal! Ja! Oh, ich schau! Bravo ist abgesichert! Fuck! Ups! Wir sind an der Spitze! Oh, der ist noch da! Weiß ich! Ich war doch, weil du weggegangen bist, oder der ist ja nimmer da! Na warum, das wäre ja dumm, wenn er weiß, wo ich bin! Ich muss ein bisschen herumlaufen! Ja, aber es geht darum, hab ich gedacht, dass er komplett weg ist! Aber geht nicht alles über dran, Leute! Ihr lasst's wieder flippen! Und flipp! Ich nicht! Nope! Ich hab schon mal angepasst, was da drin! Wir verlieren Bravo! Ich bin beim Zielobjekt! Wir haben B verloren! Wir haben B verloren! Wir haben B verloren! Ich bin beim Ziel. Halt die aktuelle Position! Boah! Hier verlieren Sie! Kann ja nicht sein! Wo nicht? ich weiß schon warum ich ja ich stehe 13 2 ich stehe 13 2 und jetzt noch nicht einmal kriegsmaschine warum bist du rausgeflogen? aber die zieh ich dann wieder zieh ja unser teammates sind einfach dumm ja lust wie du sagen würdest ich bin vorher rausgeflogen ja ich meine ich ja du hast gemeint du weißt wieso du vorher rausgeflogen bist nein ja wenn ich zu gut war das war wahrscheinlich vorherige runde das meint ich das eigentlich spaßhaber achso nein so billig gestorben jetzt fahre ich bin feindliches spionageflugzeug über euch in position alles im gebäude in welches gibt es hier du bist doch gerade bei einem vorbeigelaufen außen der sieg ist in sicht halte den druck aufrecht ich bin in einem gebäude drinnen ja aber es gibt zehn gebäude heute wo man rein kann du bist gerade bei einem vorbeigegangen oder oder war das alex ich bin bei einem gebäude vorbei vorhin ja genau und dabei innen drinnen einer ich versuche wenigstens call outs zu geben ja besser ist gar keine domenik ich brauche keine kohle ich bin schon von deinem lobby aus schlechter weil ja ich bin sieb ich werde 13 zu haben habe keine punkte bekommen ich habe eine sieben und eine sechser serie gehabt nein da war noch einer das gibt es ja nicht die ist abgesichert jetzt füge ich dir jetzt habe ich keine punkte du bist du deppert dann hat es weggespringt ich habe dir die samtix mitgegeben in der hoffnung dass du da wieder kimmst der war ja urschlecht oder feindliches spionageflugzeug über euch in position wir verlieren bravo das gibt es ich bleibe immer irgendwo hin ja wenn wir den sp ein bisschen lassen dann kriege ich noch ein obi hin diese runde achte und er kämpft bei c kämpft der rechte lane ab feind scheint erledigt einen habe ich aber noch mal dass ich kämpfe mit fliegerigkeit habe bravo wird gesichert hammer bei der rolltreppe kann man es runter ja sehe ich jetzt so wenn es drauf runter naja es waren zwei oben sind aber drei oben ja und da sind die sind aber immer runter gekommen gewesen ich will Augen am Himmel stark Alex ich habe gewusst nicht dass du hinten kommst ich habe das 10 zu spät gesehen du siehst ja oben wo sie sind ich schaue eigentlich nie drauf jetzt weil ich das so von hardcore gewöhnt bin muss ich ehrlich sagen aber du musst drauf aber bei so bei der drohne schaust du auch drauf wir haben eine drohne aber wir haben eine drohne gesichert achso ein orbi gibt es nicht besser als drohne der orbi ist eine überdrohne du siehst wo sie gehen du siehst wo sie sich hinschauen der orbi ist eine überdrohne wir verlieren bravo wir verlieren bravo na bravo na bravo feindliche spionage flugzeug im Anfurt oh 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 gab du die die war die die alle au das gibt es nicht oder wieder Ich hatte ja nur einen Kill gemacht mit der Kriegsmaschine. Boah, noch 5 Leute. Egal, ist am Weg geworden. Wir haben die Verlust. Boah, danke. Das ist super. Das ist unkrass. Das ist uns. Ich wollte das Team nicht einsetzen. Ich habe es jetzt los. Ja. Ich habe es jetzt los. Ich habe es jetzt los. Ich war schon wieder im Regenerieren, aber es war noch nicht ausgleichend gern. Und deswegen hat er mich geholt. Aber ja, es war nicht so schlimm jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich befrag. Jetzt spüle ich noch mal mit einem geschissenen Mordschirm. Das ist dann alles weiter. Das war eh das, wo er alle 5 geholt hat. Der Grange, Falco. Der Grange, schau doch. Okay. Maximale Anführung von Funktion. Achso. Gas oder? Also da muss ich jetzt den Rückschluss mehr kontrollieren. Dafür macht es mir mehr Schaden. Habe ich da zwei nicht. Beziehungsweise ich brauche das Visier theoretisch nicht, oder? Wenn ich da nie... ... ... ... Da bin ich auf 20 oben, aber zacher Weg. Ja, was hast du jetzt für Aussetzungen? Du sagst, man kann schauen. Milchstopp-Reflex, Mündungsbremse... Oh, ich weiß nicht. Jetzt ist es eh ein bisschen besser, aber trotzdem. Vielleicht vergleiche ich das aber zu sehr mit einem Maschinengewehr. Das kann nicht so viel Schaden machen mit einem Maschinengewehr. Ach so, der Battle Pass gibt 10% EB-Schuh, nicht 10% Battle Pass-Schuh. Ja, aber die zählen zum Season Pass dazu. Da wird ja gewertet Spiele und EB. Okay. Das heißt, diese 10% kriegst du auch dazu in Battle Pass. Flotscherl Popotscherl! Was macht die PS5? Was meinst du mit was los? Herrschaft! Was los ist? Norbert ist los. Nicht los, los meinst du. Wir erobern Alpha! Was los? Fighter Charlie eingenommen! Ja, keine Ahnung. Dominik hat manchmal solche Anwandlungen. Mach dir keine Sorgen Flo. Feuer da. Oh, von ihm. Neb'wo. Alter, der ist an euch vorbeigelaufen. An mir nicht. Oh ja, an euch beiden. Der muss schon dort gewesen sein, oder? Nein, der ist an euch beiden vorbeigelaufen. Ah, ist abgesichert. Alter. Ich schwöre, ich hab's gesehen. Oh, ich hab alles abgeben, oder? Kann man echt nicht sein? Ich glaub, der ist von unten gekommen, Alex. Bravo wird gesichert. Ah, von der Seite. Alex könnte halt helfen beim einnehmen, aber nein, er will lieber den Spawner beihmen. Ich hab nicht, ich wollte ihn killen, dass ich nicht zu B komme. Wenn zwei Leute bei B sind, meinen soll ich... So, hab ihn. Ich find das so dumm, wenn zwei Leute bei B einnehmen, warum ich dann hingehen soll. Ja, wenn die trotzdem von hinten kommen, zum Beispiel, dann sollen sie uns dann wegballen. Wo ist der? Alter, wo ist der? Nur Granaten gespammen hier. Wir sind vorbeigezogen. Bin ich froh, wenn die Bullfrog gelevelt ist. Bin ich froh, bin ich froh. Aber wenn du es nicht spürst, warum wirst du sie dann verschwinden? Ich glaub, weißt du, was das Problem ist, Norbert? Ich glaub, du willst damit auf Range gehen, aber das ist keine Waffe für die Range. Das ist eine Nackenwaffe. Deswegen macht sie auch auf Range keinen Schaden, falls du das machen. Ach so, du meinst, dass ich von zu weit weg bötz? Ja, genau. Nur Nackenwaffe. Das ist halt eine MP, die ist halt auf die ersten fünf bis Kilometer stärker, aber alles was darüber hinaus dann ist, ist die Schwäche. Ah, okay. Okay, okay. Und ich glaub, dadurch, dass du eher so der zurückhaltende Spieler bist, wirst du ja auf die Distanz die ganze Zeit schießen wollen, und wirst halt immer im Nachverstand. Das ist natürlich möglich. Und jetzt spürst du mit deiner Waffe bitte. DMR. Ah, okay. Ich muss mal noch was anderes laufen. Die Typ 16. Was? Nein, die DMR. Ja, heißt die so? Ja, DMR. Das heißt, das ist eigentlich eine... eine Bezeichnung für eine... für eine... so wie Sturmgewehr oder MP. Echt? Ja, normalerweise schon. Das heißt, irgendwie so... der... Mist, äh... bisschen Mittelrange oder irgendwie so ist. Okay. Ah, jetzt müssen wir nicht mehr. Das gibt's ja nicht, äh... Ich muss nachher wieder die Aufsätze umändern. Also ich finde, ich bin mit der Waffe nicht mehr so zufrieden. Okay. Ah, ich weiß nicht, dass die Aufsätze dich jetzt auch oben hat. Kann man es helfen? Bitte was? Kann man es helfen? Ja, jetzt bin ich grad so am... In der Halbzeit dann. Äh, wo... Mann, die sitzen direkt nebeneinander, die zwei! Äh... Mann, die sitzen zu zweit, äh... Die sitzen... Außerhalb vom B, Alex zu zweit, rechts neben dem Flugzeug. Ja, genau, rechts neben dir. Ich schieß mal in der Halbzeit. Auf den zweiten auch. Was? In der Halbzeit. Dann kam mir da an Schiffen. Komm, das muss schiffen. Genau, da habe ich es gemeint, dass es ist, aber jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja. Aber das war gleich am Anfang, er ist einfach an euch vorbei. Hm. Voll nicht gesehen aber. Sicher das Zielobjekt. Äh. Äh. Charlie wird gesichert. Wir haben die Führung. Das ist krass, aber kein einziger Team-Mate war jetzt bei. Hier war ich BB. Nein, 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 nicht BB, am Anfang. Ach so. Ich wollte halt gleich zum zweiten. Ja, ist klar. Ist klar. Normalerweise bleibt die noch ein bisschen seiner noch. Ich meine, wenn die wenigstens zum zweiten gegangen wären, wäre es kein Problem gewesen. Aber die sind ja nicht einmal zum zweiten gegangen. Ja. Ich war nämlich alleine. Nein. Ich weiß nicht, was die machen. Was sagst du? Ich weiß nicht, was die machen. Ja, behindert sind. Die wollen alle nur skillscannen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Den einen habe ich. Passt. Und wir haben einen Echirm. Dann nehmen wir unsere Hand. Weg students. Weg. 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 Er ist abgesichert. Stark noch, oder was? Bis zur Departy macht viel Schaden, das ist geil. Wer denn? Ich habe jetzt umgeändert die Bullfrog auf die M1-4A oder wie die heißt. Ah, ok. Auf die was? M1... M-A-4-1 oder irgendwie so. Kenn ich nicht. Entschuldigung, M16. Das ist unglaublich, Alter. Jedes Mal. Also, ich verkack jetzt. Blatt in, jetzt sind echt oft. Was hast du gemacht, Alex? M16 ist gut, ist halt Burst. Ja. Hey, muss man treffen halt. Nein, jetzt ist war gekommen. Gleich habe ich Orbi. Wenn ich nicht sterben sollte. Wenn ich nicht sterben sollte und ich sterbe. Wenn ich einfach zu viel auf die Sorge gehe. Warte, der eine kriegt mich jedes Mal, Alter. Der Typ nimmt mich. Welcher denn? All das zu was. Not Faced. Stark, Alter. Stark, Alter. Stark. Wir sind selbst los. Krass, der Typ. Eine Salbe und Back war der Typ, Alter. Du wüsstest grad. Fade. Feindliches Geschütz aktiv. Da steht die ganze Zeit so gut, leider. Wo? Da unten ist keine Hilfe, ich bin so laut. Ja, was machst du da unten, Alter? Ich bin nicht unten, er schießt so viel schon rauf. Nein, ich gehe jetzt von Norbert. Der ist zu denen in den Spawn reingelaufen, Alter. Wer? Na du! Ich wollte nur kurz, weil ich den holen wollte. Und was ist passiert? Ich bin still. Ja. Ja und, lass mich, mein Tod. Der kennt ganz mir. Kannst dir machen, stirb, stirb, Alter. Ich stirb langsam. Alter. Man kann so schnell sterben, ist mir eigentlich ziemlich egal. Okay. Oh Alter, geht sicher nach B, dann nach Ballmanngriff. Nein, nicht normal, Alter. Oder? Oder war B? Aber teilweise auch unter B, oder wie so groß ist. Wie reicht der von dem bitte? Lang. Ich steff, was? Ah, er liegt direkt bei dem kaputten Kugzeug rechtsseite, Alex. Ich sehe nicht. Kaputt ist alles da. Ich sehe ihn schon. Okay. Jetzt will ich noch. Boah. Haben? Bobby ist halt sich nicht mehr ausgegangen. Ich hab dann am Ende ziemlich viele Tode konziert. Ich bin wirklich nicht selbst dumm, ob die Abschuss-Camp die wahrscheinlich sind. Ich bin wirklich nicht selbst dumm, ob die Abschuss-Camp die wahrscheinlich sind. Ich bin wirklich richtig gut, oder? Ich hab jetzt auch gesehen. Was? Nein. Entschuldigung. Ja, überhaupt die letzte, wo zwei hintereinander reingelaufen sind. Also Alex, das ist da mit dir noch, ich weiß nicht, schwierig. Ich bin wirklich schwierig. Verbinde uns am Host-Follower. Krass. Ich höre die ganze Zeit Musik, ganze Zeit schwarzer Pitschirm. Da ist das Spiel abgeschnitten. Was ist los da? Du vergesst meine neuen Kind-Konschen-Schwarzen-Buddy. Ich möchte die ganze Zeit sein. Oh. 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 1530, was ist das für ein Arschloch-Dienst? Ah ja, genau, jetzt kann der Stream nicht mehr abbrechen. Hehe. Genau. Das ist auch geil. Dass halt nur keine Panos offen haben nebenbei. Scheiße. Du machst wieder auf alles, was du klickst. Ja. Ja, das weiß ich, ja. Ist ja am PC genauso. Aber ich finde das gleich zu unschlecht. Ja. Achso stimmt. Du arbeitest zu lange? Am Mittwoch? Oder wie? Nein. Ich habe keine Ahnung. Du bist total. Und warum kannst du das nicht? Weil ich am Donnerstag um 2 anfange. Achso, warum bin ich jetzt in einem Spiel eigentlich? Alleinwand. Alleinwand. Ich verlasse das Spiel und dann komme ich zu euch. Was hast du gesagt, Alex? Entschuldigung, habt ihr ihn zustanden. Ich bin am Donnerstag um 2 anfangen. In der Früh? Mhm. Das. Warum? Drei Tür machen. Immer Weihnachten so lustig. Bis Dave. Oder um 2 in der Früh. Ist er... Ist er arg. Der Arge. Viel los. Also wir verschieben die letzten zwei Wochen von anderen Tag. Warum die nächsten zwei? Also wegen Silvester. Mal ganz Silvester. Wir können sie voneinander auch verschieben. Ist das wurscht. Bin ich bei euch? Lade... Norbert lade mich nochmal an, bitte. Oder warte mal, geht das noch? Ah nein, geht schon. Ich habe sie noch. Okay. Ist wurscht. Habe ich halt zwei. Genau. Wir können sie auch verschieben. Ich meine, ist eh gut. Silvester ist sowieso Lockdown heuer. Alex. Mhm. Hätte man eh nichts machen können. Erlaubt, zumindest. Obwohl Schack und ich sind ja immun. Möchte ich nur sagen. Ich hätte so gerne einen Immunausweis oder so. Ich habe gerade gelesen, dass er hier kompatriert gegen Eichel. Oh, da steht Eichel. Wir waren jetzt 7 Uhr geboren, oder? Krass. Kapitel hat Sex schon verloren. Ja, war Mittwoch. Was glaubst du, ich habe sie eigentlich gegen Tottenheim? Ganz ehrlich, wenn sie normal spielen, also so wie sonst Europa League, dann schätze ich nicht. Schlecht dann. Weil der Lask hat es auch geschafft. Ich glaube sogar einen Aufstieg irgendwie, oder? Ich glaube sogar einen Aufstieg. Der Lask hat es auch zweimal geschafft. Ja fix. Aber Lask hat echt die schwierigste Gruppe in der Europa League gehabt. So gefühlsmäßig in der Europa League, dann der BRC und dann war Rapid. Rapid hat halt nur Arsenal gehabt, aber Molder oder Molder müssten sie theoretisch eigentlich wegschlagen. Also ich sage einmal, wenn ein Lask oder so in dieser Gruppe gewesen wären, wären die aufgestiegen. Das Lask ist sicher aufgestiegen. Und auch BRC. Ja, BRC aufgestiegen. Eigentlich jeder außer Rapid und Austria. Ja, das ist ja ganz dabei. Austria-Bär. Achso, war gar nicht dabei. Ach, keine Ahnung. Warum waren Sie? Sturm, glaube ich. Ich war noch. Sturm war nicht. Oh ja, aber Sturm ist da wieder in der Quali-Rausfahrung, oder? Wir sind vorbei gezogen. In der Sechstelle weiß ich gar nichts. Wir müssen sich in der Quali-Rausfahrung, klar. Bitte? Wir müssen leider nur in der Quali-Rausfahrung. Die Ausfahrung vor E44 zieht sich bald für einen Abschied, oder? Sind die auch weiter? Ja. Wir verlieren 10. Ich glaube, dass wir uns vorhin fast drücken lassen. Ja, das sieht wohl so aus. Obwohl, nein. Nein, 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 nein. Ja, was muss ich wohl? Wir verlieren. Oh, das ist doch geil, das ist doch geil. Kommt her, oder, Baby? Kommt her, oder, Baby? Scheiße. Das war keine Scheiße, das war ein Triple-Fast. Nein, ich hab's euch holen. Das ganze Spiel lüge, oder wie? Alter. Bitte, gern geschehen. Kaffee? Alter, was ist los mit Norbert, oder? Warum? Weil er da nur krass ist. Ich bin schon wieder tot, Alter. Das gibt's nicht. Nein, wo kommt der her? Weil Norbert einfach wegkassiert, Alter. Hm? Der hat gerade den Arsch gerettet. Ist das deiner? Aber das nur wenig Leben noch mal noch gehabt. Oh, danke, danke. Ich verstehe das nicht. Du hast Orbital und... Du siehst das nicht. Danke für jeden Fall. Oh, gerade. Tschüss. Ich habe halt nicht gewollt, wenn ich mir trotzdem rauskomme. Abschluss, kein save. Vor allem lebes Spionage, nach dem Flugzeug, im Ahnflug. Vor allem lebes Spionage Flugzeug im Ahnflug. Wieder Dreck geholen, wieder Dreck geholen. Entschuldigung, das war jetzt nicht kurz. So lost ist der, so lost ist der. Ich glaube das wird meine neue Lieblingswaffe. Was machst du denn, um 16? Die M16, ja. Da hab ich jetzt so viele geholt, alter. Alter, welche Wendler hab ich geholt? Achso. Alter, ich schau wohin, da ist kein Gegner. Ich geh ein Stück gut nach Vorfahren und komm mit 3 entgegen. Was ist das Ganze gerade zu Hause schon? Was ist? Perfektisch. Lassen wir auf die Karte schauen. Harten Johnny. Also Orbital und wird's was von hinten geholt von zwei Leuten. Nein. Doch. Norbert, der Karten Johnny. Machst du, ich frag mich, machst du jetzt den ganzen, ganzen Battle Pass Punkte eigentlich alle? Warum? Ich zähle ja nicht die ganze Erfahrungspunkte. Es ist 10%, das sind die Erfahrungspunkte und der Rest ist, dass du das Spiel hast. Der Spielbonus zählt. Die Sommelpunkt wechseln. Dass eben... Gute und schlechte Spieler gleich leveln. Also ziemlich gleich. Auch defod aber. Naja, auch für den muss ich sein. Wenn wir spielen die Arbeide, dann nicht vorankommen. Und bitte kosten. Ich werde automatisch immer gleich ein schlechter Spieler abnehmen. Ich bin mal ein, ich hab das gesagt. Ja gut, ich bin glaube ich erst bei uns Hechten, was wir waren. Entschuldigung, was hast du gesagt? Du bist bei uns Hechten, weil er mich jetzt schon gemacht hat und du dabei bist. Er ist da hinten. Lass ihn nicht mal locken. Weg ist er. Ja, aber du lass dich locken. Das Fehler macht es oft. Genau, weil jetzt haben sie sich von hinten los. Nehmen wir das Ziel ein. Gebt ihr Deckung. Oh, over dead. Oh, Seite. Seite, warte. Ich weiß nicht, bei welcher Schuze das war, aber in irgendeinem Schuze habe ich auch lieber mit so Jagdgewehr oder so gespielt. Oder mit so drei Schuze. Oh, da war er. Feindliches Spionage. Das ist eh gut eigentlich für dich auch. Oder wir drehen jetzt dann eben da durchs, ja. Ja. Mehrere feindliche Spionage auf dem Zellkontakt. B wird gesichert. Oh. Sicher das Zielobjekt. Oh. Sicher das Zielobjekt. B wird gesichert. Das ist unglaublich. Die sind bei uns nur noch im Spawn am Gammeln. B wird gesichert. Die sind bei uns nur noch nicht. Ja, das ist bei uns. Ah. Eich wird nicht da. Före dir das nicht... Das ist füre. Wir haben nach dem Flugzeug im Anflug. Wir verlieren A. Wir haben A verloren. Du bist nicht mit dem Schiff, man bleibt, finde ich. Oh, Alter, beim Poam ist der Gessen. Wir verlieren, bravo. Irgendwie hat mir gerade den Arsch gerettet. Böppi. Alter, die kamen jetzt nur noch bei uns im Spawns und so. Wahnsinnig, die Leute. Ja, krass, da Leute bei C oder 2. Schön, Colt. Der Bein hat B eingenommen. Wir nehmen Bravo ein. Unglaublich, aber... Wir sind in der Luft. Feindliches Spionageabwehrflugzeug ist in der Luft. Nein! Feindliches Spionageabwehrflugzeug im Anflug. Okay, ich dachte, ich habe den Arsch gerettet. Bitte? Ich dachte, ich kriege den Arsch gerettet. Wir haben alle feindliche Spionageabwehrflugzeuge entdeckt. Ja, ich glaube, ich habe den Arsch gerettet. Das gibt es nicht, da... ...wieder Kriegsmaschine verschwendet. Da oben sitzt der Scherz hier. Nix hier in den Hohen. Wir verlieren B. Da fuhren gente ja, Alex. Loyalität gegenüber dem Mutterland. Sieg. Alles in Ordnung. Sie haben uns nicht gepackt. Oh no. Oh no. Ja, drei Viertel habe ich jetzt gemacht. Okay. Warte mal die große Frage. Oh no. 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 ins geschäft was ist wirklich ein geschäft das kann es nicht machen doch schon was hat das muss alles anfang markt stehen und kontrollieren negativen testen oder so eine maske und was ist weil ich mich nicht festen das verhunger ich dann genau oder wenn ich nicht so eine maske anschafft ist irgendwie blöd weil das ist in der demokratie was und das ist dann irgendwie aber eine ja du das ist so wie mit mit der impflicht du musst dich nicht impfen lassen aber du da kannst nirgends wo mehr hingehen na genau sag ich auch verpflichtend jetzt wird gebürzt du bist du hast du daumen schon weh vom sprinten die missionszeit läuft dg wenn ich ihn mal reindrücken muss zum sprinten du musst nur einmal drücken ja eh aber ich wenn du das regelmäßig machst ja ich scheinbar aber ich habe schon so ein scherze auf der haut das würde sich unangenehm machen als ich finde einfach keine gegner und wenn dann bin ich tot wo hast du das jetzt gelesen mit den masken oder mit dem test eine nachricht auf der ORF seite also gegen die mac 10 habe ich null chance wirklich dann bin ich mit den kill weg gg was sagst du kannst du ein bisschen lauter reden such dir deine eigenen gegner warum soll ich schreien wenn ich dich nicht verstehe schreien ich zu dominik muss kein kobe test machen sondern hört das oder das gibt es ja nicht weißt du ich habe das gefühl manchmal wirklich dass du absichtlich mich den kinnig kielst was bis er mich tötet und dann kielst den das ist schon sehr komisch das ist komisch warum ich die gegner töten muss und warum du sie nicht tötest weil du mir am arsch gehst warum hast du mit 8000 weniger punkte gehabt als ich habe ich nicht zu sagen du hast doch auch eine serie gehabt ja eine aber das war ja das war aber länger wie lang war deine rechthin meine war jetzt 4 das war eigentlich nicht wie lange meine war die ich in den kassel jetzt hole ich auf du hast mich hier schon überholt längst Nein, da kommen zwei Leute rein, aber beide mitgenommen, aber so kann man ja in der Kunde starten, zweifel ist er dann gleich da, fahrlich, so ich sitze ja, so hier ist jemand, starker Macht muss ich sagen, was denn, guter, ach so, denke ich schon, schon am Kopf zieht er ja, und nur an Gott, dass er kommt, was hast du gesagt, hätte ich wieder nicht verstanden, nur nicht, ich kann mir gewartet, dass er kommt, ach so, dann drehe ich den Spiele, also, ja, Dominik, drehe Spiel, leise, warum sollte ich, das hört er auf einmal, leider, und so ist es auch ziemlich laut gesagt, das sind die Leute, die nicht lautlos stehen können, auf Vibrin zumindest Ich sehe überhaupt keine Gegner im Moment Alter, wie sind Sie? Alter, wie sind Sie? nicht die nächsten Leute, die killen ja nicht, aber Hauptsache immer in den Markt gebuddelt da, oder? Nein. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Boah, den hab ich überhaupt nicht gesehen. Nein. Ein Klick, der Kriegmaschine. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. Nicht nachlassen, BGI. Wir gewinnen hier. Mehrere feindliche Spionageflugzeug. Und noch alle von den Spionageflugzeugkontakte, die direkten kommen. Bist das nicht so schlecht... Oh Mann, der ... Irgendwann könnte die Spionageflugzeug in Hand. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Haushaft, nehmt die Ziele ein. Wir erobern C. Sniper ganz vorne, nehmt das Flugzeug rechts. Okay. Oh, wo war der? Oh, da. Oh, da. Oh, da, 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 da. Oh, da, da, die. Bravo ist abgesichert. Das gibt's ja echt nicht was ich sehe, das war ein Scheißdreck. Camperer hier. Die Böse ist nicht geschehen. Die Böse ist nicht geschehen. Das war schlecht. Ganz auf Distanz ist ja auch nix, hab ich gut gemerkt. Wir brauchen den Weg. Wir brauchen den Weg. Wir verlieren Charlie. Der Feind hat eure Näherungsmine zerstört. Wir erobern A. Ich glaube es ist ein Sponkel. Ja. A gesichert. Wir verlieren Bravo. Das fehlt. Nein, wir schießt sie nicht. Schießt sie, neutralisiert. Wir verlieren diesen Kampf. Nein, zu viele einfach waren. Faltliche Spionage Flugzeug im Anflug. Nein. Da war er. Jetzt noch einer. Na gut, wenn er den jetzt haut. Es ist noch nicht vorbei. Sammelt euch neu, schlagt zurück. Wieso zwei Hauptwaffen, meinst du Flo? Wieso? Dann fangen wir an die Runde rein? Ich möchte einfach ein paar Waffen leveln. Oder was meinst du, was eine gute Kombi wäre? Kann ich ja mal überdenken. Oh, Alter. Keiner hat A eingenommen. Ja. Hab ich auch gerade gemerkt. Und da steht ein Schot von der Barbeer. Hab Platz verloren. Wir haben das Zielobjekt. A ist abgesichert. Feindliche Spionageflug durchgemacht. Ja. Da war Gott. Kommando. Vargas vor Espionageflug. Ja. Flo meint, dass es unnötig ist, dass ich einen Gesetzesbrecher drinnen habe mit zwei Hauptwaffen. Aber ein Gesetzesbrecher ist ja nicht nur Hauptwaffe, sondern auch wegen der drei Extras. Ja. So drei Extras von derselben. Dass du das Auto nehmen kannst. Uh, scheiße. Genau, ich glaube deswegen habe ich es auch hauptsächlich drin. Ein wenig Extras. Damit ich vom letzten Baum den nehmen kann. Ja. Feindliche Atelier. All Ziel ab. Und alle. Atelierbeschuss. Ich gebe sie hier auf mir. Ich glaube, ich habe das Ziel. Wo ist daszu? In der Zeit so können wirjausende weg. Was ist das Zieg? Ja. Change auf der Seite. Wie ist das? Jetzt bin ich. Bein. Nein, Sniper am Flugzeug, Entschuldigung, nicht am Hauptflugzeug, Entschuldigung, hinten bei der Base bei Ihnen. Achso. Sorry. Oh, jetzt hatte ich ihn fast. Jetzt hat er mich. Sonst könnte man nur eines nehmen. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Mach's an. Was ist das? Nein, du kannst glaube ich sogar zwei nehmen. Bitte? Kannst glaube ich sogar zwei nehmen. Von der Spitze. Von der Schalben. Ich glaube alle drei sogar. Drei kannst du nur mit Gesetzes brechen, aber ich glaube zwei kannst du auch ohne Gesetzes brechen. Achso, so meinst du das. Okay. Okay. Ich glaube das ist nicht gegangen, zwei. Vom gleichen. Oh, ich habe schon. Ich habe das auf einer Klasse. Okay. Ich habe auf einer Klasse. Ähm. Kaste neben mir und. Wir verlieren Bravo. Okay. Ähm. Spürt der Schutzwessel. zeigt. Ich hab die Schmerz. Nähe. Ich habe die Schmerz. Wir lesen. Okay. Und da. Ich habe die Schmerz! Das ist alles. Feindliches Geschütz aktiv. C wird gesichert. Schon wieder zwei gespeichert. B wird gesichert. Nein. Spionageflugzeug in Bereitschaft. Wir sind vorbei gezogen. Oh, das war die Faschenzette. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Mach das Auto und ab nach Hause. Ja. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Ja. Ja. Okay, runter pushen. Ja. 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 Ich habe zwei. Achse 3 und eine. Okay. Oder? Ich muss noch einmal. Ah nein, geht nicht genau. Okay, geht nicht. Ah, ich habe doch Splitterschutz. Weiß da drinnen. Aber du hast recht, man kann nur eins da nehmen. Ja. Ich habe Splitterschutz, Kalkpolitiker und Ninja. Ja. Ja. Achso, ich habe Geist. Geist ist wichtiger. Geist ist wegen Drohnen. Statt was? Also für mich. Das ist wichtiger. Geist und Linde sind bei mir immer Pflicht. Geist. Man, ich spiele jetzt auch meistens extra Gier. Mit Gesetzesbrecher. Ich spiele nie mit Gesetzesbrecher. Es ist das schlimmste Ding, das es gibt. Naja. Warum? Zwei Hauptwaffen nicht zum Labeln halt. Drei extra. Finde ich unnötig. Finde ich nicht. Ah, noch French, eine MP zum Beispiel. Bin ich trotzdem unnötig. Für Rage habe ich die Arca und für den Arca habe ich eine Schrot. Pitcher, jetzt machst du wieder so eine gute Runde auf Armada? Ich auch und dann... Seh mich, geh weg jetzt. Herrschaft. Ich hoffe, dass ich wieder so eine gute Runde habe, dass ich Orbit gleich nach der ersten Halbzeit habe, oder? Und dann nicht wieder rausfliege. Ach, mit Schrot steht er schon direkt im Headclitcher, oder? Angekloppt. Wir erobern Ziel. Wieder kann erizing allen Geld. Vater. Bravo. Ich bin ja nicht so, dass ich auf Zäge. Ich geh jetzt unten. Gemahle unten. Wir erobern B. Wir erobern A. Alter. Wie einfach keiner nach B geht, aber. Was ist keiner B? Ich bin B, Alter. Von unserer Team jetzt halt. Oh ja, nein. Aber ich bin halt... Nein, bist du nicht. Ich hab grad einen Keeper, der für B ist abgesichert. Norbert ist von fucking OP, Alter. Norbert ist der OP. Also da oben war einer, der hat einfach ignoriert. Du hast gesagt, dass... Wo war der? Der war draußen. Draußen, äh, auf deren Seite oben. Nein! Warum geht das? Also warum kann man mir den Kill wegnehmen, wenn ich jemanden finische, oder? Der Snap habe ich doch nicht gesehen. Der lag auf der Treppe, den habe ich überhaupt nicht gesehen, oder? Oh, man gibt es zwei Snubber, wenn man einmal im Fenster... Ich schwöre dir, ja. Boah. Was ist jetzt nochmal extra agiert? B eingenommen. Muss ja von ihr nicht so zwei nehmen kann. B wird gesichert. B wird gesichert. ich krieg die krise sniper und schrott das ist so die behinderten kombination die erlaubt ist ja das stimmt da gibt es nicht oder keiner bei b na oi lass mich mal nach b kommen oben kommt einer mit schrott schon wieder das geht mich so am arsch mit der schrott ich habe nie das glück dass ich jemanden von schrott ich muss immer zweimal schießen da habe ich nicht drauf kommt er noch auf von unserer seite zu spät das ist also die in dieser lobby sind schon wieder echt für den arsch die leute nein nein Boah, wo war der? Ich glaube ich muss mit der andere Schrot reinhauen. Welcher? Was sagst du? Welcher? Ja, die wo ich wer schießen kann. Ist das ein Trottlader? Was ist das jetzt? Nein. Die Pumpgang. Also die, was die? Die langsame. Der sitzt in der Ecke mit der Schrotfläche. Ah nein, der spielt mit Snipper, aber mit... Warte, das ist ja noch, bitte. So ein Visier zu spielen, Snipper. Dazu ein Visier spielt der. Nur mit so einem normalen... Da stecken sie. Ah, nein. Aber alle Beine. Ich dachte, die Snipper sind noch mal ins Kober, ne? Das ist so viel. Also wenn ich nicht die Cam habe, dann weiß ich es auch nicht. Ich auch nicht. Ich lass mich die Cam haben, weil das war echt geil. Jawohl Leute. Ich hab doch heute mit dem Blumen in Kill gemacht. Mua. Ich hab B alleine geholt dagegen. Das ganze Team. Ich bin halt jetzt auf einer 6er Streaker. Ich mach da jetzt eigentlich nicht wieder rein nach B. Sicher das Zielobjekt. Ich geh nach B. Ich geh von draußen rum und deck von oben. Ich geh jetzt unten ruhig und versuch unten durch zu gehen. Schon wieder geht keiner nachher, Alter. Ich hab' ich scheiß auch pack'loch. Ja, Alter. Einziger. Ja, einer macht ja. Aber einer muss gehen. Wenn ich das mache, macht das keiner. Das gibt's. Das gibt's. Ich weiß, wenn er es gibt, wenn er er war. Und der Sniper holt mich. Oh, es gibt er noch was? Nein. Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Wir nehmen Bravo ein. Alter, ich dachte du bist da gewesen, Alex. Schade. Wo? Bei B. Ich dachte, du hast aufgepasst, dass keiner reinkommt. Nein, nehmen wir Eckschnitter. Der ist sicher oben. Bravo wird gesichert. Gut, jetzt. Lass mich meine Teller hinten! Dann lass' sie ausschließen. Wo ist der Wichser? Aber das gibt immer noch, Alex. Alter, da waren zwei, wo war der Zweite her, Alter? Ich hab's auch gestorben. Hier ist der Töte! Doch hier ist der Töte! Oh, das ist fast so groß. Also ich muss eigentlich sagen, die Galo ist ein ... ... die Wettbewerb. Genau, hab halt mal rum. Der stimmt, aber wenn du mit der nicht bist ... Was denn, Norbert? Ich brauche auch oft den Schuss, gell? Nein, ich schieße mit der einfach ... Ich kann mit der öfter schießen, das ist das Gute. Die B ernehmt, wer auch immer bei B ist. Mach B zu Ende. Ich kann nicht, da ist nur Gas, Granate. Schass. Alter. Hinter uns ist, glaube ich, die Wettbewerb. Der Feind hat sie. Feindliche Spionage Flugzeug über euch in Position. Feindliche Spionage Abwehr Flugzeug im Anflug. Mehrere feindliche Spionage Flugzeuge entdeckt. Feindliche Marschflug Körper starten. Feindliche Marschflug. Mach Schlau. Mach Schlau. Mach Schlau. Mach Schlau. Ich habe ihn. Wichser magtest du mich messern, oder? Leider hat er mich mit. Leider hat er mich mitgemacht. Scheiße. Wir nehmen Charlie ein. Wir verlieren A. Wir verlieren B. Mauter gesichert. Haltet die aktuelle Position. Wir sind vor... Schauen wir mal, ob die sind. Ich habe das Gefühl, wenn nicht einer von uns B versucht zu halten... Dann wird das nichts. Ja, nein, ohne Spaß. Sie sind im Gegner, ich weiß nicht, dass sie alle im Normatenunterklimat. Was? Wahrscheinlich nur auf Kills aus. Stopp! Aber weißt du, wenn sie wenigstens... Wenn sie wenigstens gut darin wären... Muss nachdenken, oder? Oh. Weißt du, nein. Du musst dir echt angewöhnen, auf das Radar zu schauen. Ja. Das ist dann die Ton oben gewesen. Das kam jetzt selber von hinter dir und du hast überhaupt nicht reagiert. Bravo wird gesichert. Bravo ist abgesichert. Da kommt einer rein und ich bin da weg. Boah. Weg ist er. Weg ist er, ist drin. Da ist noch einer, ja, aber... Da kommt einer rein, hat er doch gesagt. Da kommt zwei rein. Ich habe auch nur einen gesehen. Den zweiten habe ich ja vorhin de facto nicht gesehen. Ja, bei uns ist er da hinten im Spawn. Nicht mehr. Passt. Ich habe schon langsam keine Lust mehr, weil ich habe das Gefühl, dass wir alles alleine machen. Wir können es eh gehören. Wir müssen jetzt B holen. Ja, ich weiß. Deswegen gehe ich auch nur noch auf den Kiez. Ja, ich weiß. Deswegen gehe ich auch nur noch auf den Kiez. Ja, ich weiß nicht. Ja, jetzt zeigt sich das ja nie mehr aus, B zu holen. Ja, jetzt noch. Jetzt sind wir. Ja, jetzt sind wir. Aber... Das hätte ich eh nicht geschafft. Die haben wie abkickelt, aber... Oh nein, das können wir auswählen. Was sagst du? Das können wir auswählen. Ja, das kann man nie laufen. Sieht den verdammten Stecker. Kampf abreichen und exfiltrieren. Na gut, ich glaube das war's. Niemand muss sie gewarnt haben, dass wir kommen. Na gut Flo, danke fürs Zuschauen. Okay. Puschen war wieder Leimann. Jetzt schauen wir nach Geschmitte. Battle Pass... 15... 1 Drittel. Passt. Reinge 18, bin ich zufrieden. 15 bis 1, oder? Battle Pass 15. Statt. Na gut, dann macht's das gut, Leute. Ciao und Baba. Beenden wir mal mit dem Stream.